Blocken und Defensivmagie Bleib stehen und Halte B gedrückt, um das der Taste zugeordnete Defensivkommando auszuführen. Abwehrstellung Hat dein Charakter Blocken ausgerüstet, Halte B gedrückt, um Angriffe abzuwehren. Dabei leert sich dein Aktionsbalken. Defensivmagie Hat dein Charakter Defensivmagie wie Ball oder Vita ausgerüstet, drücke B lange und lass die Taste dann los, um sie auszulösen. Hierbei werden MP verbraucht. Okay, fressen wir mal. Okay, sie hat Vita drin. Oh, und sie braucht es auch direkt. Lass mal hier einen schnappen. So. Ich hab noch nicht so ganz raus, wie ich das mit dem, ja, mit dem kritischen Angriff einsetzen kann. Muss ich da warten, bis das Ding ran ist an ihm? Also bis dieses rote Kreuz auf ihm drauf ist? Oder wie sieht das aus? Okay, zumindest haben wir ihn erstmal. Shit, da kommt einer von der Seite. Mann, 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 was ist denn hier los? Geh mal bitte hier dahinter, ich würde gerne die Deckung nutzen. Yes, genau. Oh, dann kriegen wir den auch in einem Satz. Wahnsinn. Gut. Der war gut. Okay. Ace. Schnappt ihr mal die Heilung? Ja, ihr solltet nicht dort stehen bleiben, Jungs und Mädels. Okay, ich glaube, ich wechsle mal. Wow. Oh, du Sackgesicht. Okay, es ist etwas gewöhnungsbedürftig zum Beginn. Aber wir kriegen das hin. Ich glaube mit... Nein, das klappt ganz gut, wenn wir mal in den Nahkampf kommen. Ja, dann haben die Leute nichts zu lachen hier. Gut. Was haben wir getan? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Haben wir hier was geöffnet? Und kill. Was, der lebt noch? Ich fasse es ja nicht. Ich bleibe mal gerade ein bisschen bei... Nein. Oh, shit. Solange wir die... Uh, nein, jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, solange wir die Möglichkeit haben, im Nahkampf zu kämpfen, mache ich das auch gern. Aber jetzt ist mir das doch gerade ein bisschen zu kritisch. Gut, dass ich zur Seite gegangen bin. So, wir halten mal alles drauf, was wir haben. Okay, das sollte reichen, oder? Ja. Gut, wir müssen nicht mit den bestimmten Charakteren kämpfen, um auch für die anderen Erfahrungspunkte zu erwerben. Das ist ganz gut. Das ist sonst in anderen RPGs immer mal ein bisschen kritisch, auch in anderen Final Fantasy-Teilen. Wenn man wirklich immer nur für den Charakter die Erfahrungspunkte kriegt, mit denen man kämpft. So ist ganz gut. So, bleibt noch der da. Leutnant Ernest. Ich frage mich gerade, hat er Nahkampfangriffe? Wenn nicht, kann ich auch mal auf ihn richtig drauf gehen. Genau, turn ihn mal. Oh Gott, ja, er hat Nahkampfangriffe. Gut, aber ich mache das trotzdem mal. Wir können ja zurückweichen. Das klappt ganz gut so. Ja. Vielleicht ein bisschen flankieren. Genau so. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. War übrigens ein Kritikpunkt auch an dem Spiel, die Kameraführung. Ich kann es gerade ein bisschen nachvollziehen. Bei größeren Gegnern hat man dann doch ein bisschen Probleme, zu sehen, was passiert. Und wir haben ihn. Wunderbar. Eine Sepia-Animal erhalten. Ich weiß noch nicht so richtig, was es mit den Animas auf sich hat. Mit den Animä, Entschuldigung. Aber ich denke, das werden wir noch rausfinden. Haben wir einen vergessen, oder haben wir alles eingesammelt? Ich glaube schon, ne? Gut, dann lass weiterziehen. Oder, Kupo? Orte hat uns zerstört den Kristallmanipulator. Ne, das ist unsere Aufgabe. Hätte ich gar nicht gedacht. Auf zum nächsten Wunder. Sie kamen. Ich sehe nichts. Oh, wir haben beide Sie sind schon tot Das ging schneller als gedacht So, ich sammle erstmal kurz die Anima Okay Scheiß auf deine Festung hier Auf deine Blockade Die Barrikade reißt sich nieder Okay Also Nein ist so ein bisschen der Hau drauf Typ mit dem man wirklich einfach rein stürmen kann und dann einfach alles platt macht Das ist eigentlich ganz witzig muss ich zugeben So, haben wir hier noch was in der Ecke? Nee Ich muss aber auch dran denken, ab und zu mal vielleicht auch die Magie anzuwenden, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht Gut, dass es Heilung gibt So, erstmal drüben alles freiräumen Okay So, das war's für deine Scheißbarrikade Ihr haltet auch nicht viel aus, wa? So, probieren wir nochmal das Feuerchen Funktioniert Schön liegen bleiben Okay Haben wir noch einen? Achso, die Barrikade Ja, die könnte ich auch noch einreißen Kein Ding Kein Ding Ist da noch einer? Es klingt so, als ob er von hier irgendwo kommen würde aber ich sehe keinen Gut Kollege Oh, okay Wir haben mal wieder einen Offizier Vielleicht sollte ich den mal ein bisschen in den Fokus nehmen Ah, shit Komm schon Krieg ihn nicht so richtig Die schnelle Sau Okay, am Ende haben wir ihn aber doch noch gekriegt Sonst nichts mehr für uns Dann wird es Zeit, den German zu zerstören Das musst du mir nicht zweimal sagen Oder ausgeführt, Kupo Ich wusste, ihr schafft es Ich lasse, wir werden dir die Macht der M8 zeigen Oh So, warte mal Wie war denn das hier? Ähm, nee, den anderen bitte Na gut, wir können ja erstmal den wegwerben Huch Ich würde gern mal Ein bisschen für Feuer sorgen Man sieht bloß nichts davon Oh, shit Hier kommt ein Feuerchen uns hinterher Das muss mir doch einer sagen Und Feuer Vielleicht nochmal Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Meine Güte Wechsel Wien darf auch mal kämpfen Oh, die ist schnell Wahnsinn Okay Major Schularm ist Geschichte Und wir Machen, dass wir hier rauskommen Machina Rem Take it easy now Uh, yeah I'm okay But Machina The crystal Yeah, I saw It looks like its power is returning Come on, Machina Alright Und das habt ihr uns zu verdanken Magik hat in einigen Bereichen Jemand, der noch kämpft Gäste in front der Facilität Okay Hier sieht's, äh, etwas zu wüstet aus Muss ich sagen Ich schätze mal Wir müssen irgendwo hier in die Richtung, oder? Die Phönix-Ketten der Klasse 0 sind zerbrochen Ich glaube, die Spielzeit am Anfang ist vorbei Na, ich hoffe doch Gut, speichern wir nochmal Coupon Ähm Hier Dieser Wechsel zwischen dem Stick und, äh, dem Steuerkreuz Ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen So Weiter geht's Jetzt ist hier drüben auch offen Let's hear that report again Sir Vessel 6 Vessel 6 Has been confirmed destroyed Looks like we have an anomaly on our hands What about the 401st and 903rd? I can't reach either company, sir. Keep trying. Sir! Byakkuya 10! Byakkuya 10! This is Kusabi. Bring me that survivor. The one from the 161st. Sir! Corporal Baas of 161st. So, you are certain you saw the enemy using magic? Yes, sir! My understanding is that after witnessing this, you fled from the battle. Then your unit was annihilated. Is that correct? Yes. I felt it was my duty to report... In the Militesi army, we do not tolerate soldiers who flee from their fear. The 161st company was wiped out by Dominion magic. Clean us up. Sir! So, even though the sea, like Kumi, cannot keep the Vermillion Bird Crystal in check. Hmm? Well, this sucks. Where'd these rats crawl out from? This really sucks. Kupo? Kupo? sind muss aber den fokus schauen wie kann ich denn hier zwischen hin und her wechseln das habe ich noch nicht so ganz aus angeblich aber dem rechten stick aber das funktioniert nicht habe ich keine ahnung verstehe ich gerade noch nicht so ganz so geht es nicht ich versuche gerade falls ihr nicht wissen was ich mache ich versuche hier von diesen gegenstand in den fokus zu kriegen aber das klappt irgendwie nicht so wie ich mir das vorstelle seltsam na gut gehen wir mal drauf und vernichten mal aber nicht doch mein freund nein kurz vor dem großen schlag so diesmal aber ich gehe davon okay hat gar keinen sprung angesetzt also langsam müssen wir das teil doch mal klein haben oder shit na bitte dass das für nummer eins oh gott ich hoffe queen und dais geht es noch gut soweit okay das ist gut wenn du dich mit den beiden beschäftigst da kann ich nämlich mal ein bisschen zumindest draufhauen shit oh gott na klasse ja jetzt haben wir ihn noch schon fast ace willst du den rest machen oder sie fliegen darf auch mal läuft so schauen wir doch mal ob wir jetzt vielleicht das ja aufsammeln können ja jetzt geht es eine kennungsmarke erhalten okay wir müssen also bis nach den kämpfen warten wie es scheint wobei die eigentlich vor nach irgendwas gemeint hatten von wegen wir können gegenstände im kampf aufsammeln das hat aber irgendwie jetzt gerade nicht so richtig klappen wollen einen super trank erhalten ist ja wie bei pokémon hier irgendwie dachte ich mir schon dass die tür nicht aufgeht na kommt einige kadetten befinden sich noch in der kampf arena kupo wir müssen sie retten kupo geht klar lasst kämpfen sag die die immer mit dem selben spruch kommt Taste nach喝 nach 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 Jetzt dann. Haben wir ihn bekommen? Oh! Oh! What the? They summoned here? Inside my jammer field? How? No! Oh my God. Oh no! Oh no. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Untertitelung des ZDF, 2020